CHAMPAGNE! Willkommen zu einem neuen Freiblog vom Kyle Pie. Der erzählt euch den Rest am Samstag. Ja! Warte, ich muss von der Kamera hier anders halten. Ja, ja, ja! Ey, Jungs, Jungs, Jungs! Guck mal, das McDonalds-Zeichen. Wenn ich überlege, dass ich bei der Scheißkälte mich mit einem Campingstuhl in die Innenstadt setzen wollte und ein Eis lecken wollte in Badehose. Das wollten wir doch eigentlich machen. Ja, das machen wir auch noch. Also ich nicht mit dir, sondern mit meiner Arbeitskollegin. Manno, ich wollte dich in Bade- Ich wollte dich im Bade-Bus. Ich zieh die Bade-Soldat für dich an und hängen. Oh, geil! Ja, ähm, Friday-Vlog, aka Samstags-Vlog, keine Ahnung. Burger King Time, mal wieder. Ja, wir waren hier bei Burger King, haben uns wieder voll gefressen. Im Endeffekt bereut man es immer wieder, aber 5 Minuten danach geht es schon wieder mal wieder hin. Wollen wir es nicht? Das ist doch noch mal umdrehen. Warte mal, wenn ich über die Bohnenrolle und hoffen, wenn es aufläuft, hier auf so eine Fassrolle, dann können wir durch McDrive kommen. Ja. Ich geh, ich geh mal wieder. Okay, ähm, ja, das wird mir eigentlich nur so... Ich will ja jedes Mal ein Video machen am Freitag, deswegen mach ich jetzt noch einen, so wohl es am Freitag kommt. Weil, ähm... Ah, da ist das hier. Ihhh! Klang wie Scheiße! Champagne! Champagne! Ist das Aldi? Das ist Aldi! Und Deichmann! Na gut, Deichmann geht. Deichmann! Da hab ich meine Schuhe her. Mach ich es! Champagne! Ja, das wollten wir eigentlich nur sagen. Nein! Sieh! Abonniert meinen Kanal! Ich hab sowieso mehr Abonnenten wie er! Luca durfte das Kanal wie immer in der Beschreibung, weil ich jetzt auch auf meinem neuen Webserver endlich mal alle Verlinkungen wieder hingekriegt habe. Geil, ne? Ja! Nice! Ja, das wollte ich nicht schon sagen. Guck mal, da kannst du... Ach ja, äh... Es lohnt sich übrigens auch, ähm... Sieh! ...meinen Kanal ein bisschen zu verfolgen. Denn die nächste Folge fragt den Luca und wetten nicht. Kommt, da bin ich auch bald drin, ne? Da träg ich mit. Wow! Wer von uns beiden soll eigentlich die Karotten fressen? Du weißt doch, ich bin der Stecker. Also willst du sie essen? Nein, du willst sie essen. Ach so, stimmt. Na ja, wenn du in gewissermaßen... Das Video wird dann ab 18 sein. Ey, das ist ein bisschen scheiße, ne? Das heißt, ich muss es quasi schaffen, damit ich nicht bestraft werde. Fuck! Ich weiß auch nicht mal was wir machen, aber es hört sich spannend an. Oh ja, ich hab da schon noch was im Kopf. Es wird sich auf jeden Fall spannend an. Äh, ja. Ich muss sagen, bis dahin, ne? Bist dahin, Chef! Schau rein und so! Alles geklaut hier! Fake Tube! Fake Tube! Hallo und herzlich willkommen bei Fake Tube! Der Sendung, bei der ich YouTuber nachmache! Heute nehm ich den Training robben! Was ist das denn? Und ich sprüge einfach mal durch die Innenstadt, weil ich es kann. Das ist keine Innenstadt. Ich sehe ja nie, weil die Innenstadt ist hier nur außen rum. Aber ist ja vollkommen egal. Du stehst dafür außen rum, ne? Oh ja. Ordentlich was für unten rum. Oh, wir müssen aufhören mit der Aufnahme. Na, wir gehen jetzt gleich nach Hause und dann, äh, das nur beim Penis in die Hand nehmen. Auf welche Farbe soll ich die LED-Leiste einstellen? Rosa! Rosa! Pink Camouflage! Champagne! Champagne! Champagne, Champagne, Champagne! Äh, auch in dieser Folge übrigens einen Champagne-Kauter, den baue ich jetzt gerade noch mit ein. Champagne! Das sind doppelt! Guten Abend! Champagne! Champagne! Toffee wäre ich, da fahre ich hinterköpflich ein. Bisschen Schleichwerbung so. Wir können nicht dafür, wenn hier ne Werbetafel steht, man. Haha! Champagne! Das war jetzt feindlich. Das war jetzt sehr feindlich. Champagne! Champagne! Guck mal, die Ampel leuchtet. Okay, wir schieben es auf den Alkohol. Oh, warte. Obwohl wir keinen getrunken haben. Ich muss mal hier gerade die Kamera ein bisschen sauber machen. So? Was steht denn da? Da war eine Glühglocke. Das war meine Glocke, die mir meinen Hund abgebissen hat. Den ich nicht besitze. Ach so! Ja, genau so war das. Deswegen bist du keine Jungfrau mehr. Champagne! Also die besten Streifen mit mir, die gibt's auf Animals. Wir haben vorhin mal das in dem Browserverlauf einfach mal ein P eingegeben. Ach! Was kam bei dir raus? Pornhabo! Gave Porn irgendwas. Hä, nein? Bitte fügen sie hier. Random Seite ein. Baby, wie viel? Hier? Porn Baby! So eine Scheiße war das! Ja, du hast deine Freundin noch nie Baby genannt, Alter. Ja, das ist meine Freundin drauf. Natürlich. Nur! Nein, die ist über 16. Was, die ist 16? Viel zu alt! Viel zu alt! Okay, so langsam übertreiben wir, ne? Wir übertreiben ein bisschen, aber... Könntest du am Anfang der Folge vielleicht mal so einen kleinen Hinweis einblenden, dass alles Gesagte nicht ernst gemeint ist? Du weißt auch schon, dass wir schon wieder 5 Minuten aufnehmen. Wir sind... Wir haben's halt drauf. So lange wieder könnte ich noch nie, Alter. Ja, guckst du immer. So lange wir ja noch nicht überhaupt meine Videos unterscheiden. Überlänge! Wie mein Schwanz! War Idiot dein Gedanke? Ja! Ich hab's ein bisschen vornehmer ausgedacht. Weißt du? Es war ein bisschen schwierig. Aber ich hab's in einem Sachsen bei uns auf dem TeamSpeak-Server eingepflichtert. Nach zwei Wochen lief das. Ich bedrehe den Channel. Und jetzt das Erste, was er zu mir sagt, ist, darf ich dir einen lutschen. Ich mach das doch auch immer, bei mir ist das nichts Besonderes. Nee, du sagst das ja nicht. Doch, mach ich. Du hörst das jedes Mal noch nicht. Ja, ja, schon klar. Hast du immer ein Mikrofon stumm? Ja! Ich mein, Dominik hört das ja nicht so gern. Deswegen... Hallo Dominik! Hallo Dominik! Ähm, ja. Was ist denn das da hinten? Du kennst die dritte aus. Krankenhaus. Krankenhaus? Oh, scheiße, Apropos. Krr! 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 Ich hab heute im Laden das so über Kundin gerissen. Meine Arbeitsklinik, die das mitbekommen, die hat's Knäckebrot gesucht. Und ich frag mir eine Kollegin, wo ist denn das Kanacken? Äh, Knäckebrot. What do what do what? Kannackebrot. Kannackebrot, wollte ich sagen. Das ist ein bisschen scheiße. Krr! Ich schwör, 20.000 Likes. Ich schwör, 20.000 Likes. Eiskalt. Oh, wir müssen hier hoch, ne? Ja, vorsichtig, Meck! Juhu! Champagne! Okay, wir machen jetzt Ende hier. Du bist um uns eingeladen. Was? Ja, sehe ich gleich. Okay, bis zum nächsten Mal. Hau rein! Bis dahin!